jetzt kam ich kann doch nicht dazu mein lenkrad zu konfigurieren leider jetzt in den kartuner entern ja mal schauen das sieht aus unserem kamero raus ja ja Die Fahrzeugkarte ist eine voll-Stock-Ride, bereit, um einen Tuner zu verbessern. Es gibt nur ein Tuner per Region. Und man kann einen anderen Speck-Starter-Kit kaufen von einem von ihnen. Diese Kits transformieren die Fahrzeug für verschiedene Typen. Nach einem Speck-Starter-Kit, kannst du Fahrzeugkarte kaufen, die automatisch installiert werden auf deinem Fahrzeug. Verstöre mechanische Fahrzeugkarte erhöht, die Fahrzeugkarte aufzunehmen. Je höher das Fahrzeugkarte, desto besser es performt. Das ist klar. Also, ich habe ein bisschen in der Rennen. Speed, Dirt, Performance, Raid und Circa. Und die kann man jetzt natürlich auswählen hier, wenn wir jetzt Street-Select-Street-Kit machen. Na klar, das kann man jetzt nicht mehr nehmen, aber jetzt ist der Line-Starter-Kit. Ja. Das ist geil aus dem Spiel. Man sieht halt dann auch nochmal und kann das nochmal selber verbessern. Alles klar. Man kann die K-Levels boosten. Okay. Jetzt fließt. Also schonmal jetzt etwas besser zum Ansehen und mal schauen, ob der jetzt auch ein bisschen erleichtert wird. Jetzt fließt. Jetzt fließt. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr auf die Karte an. Wir müssen jetzt das mal auf die Karte an. Alex, komm mal auf die Karte an, der ich jetzt sende, ich dir jetzt. Ich will, wie du dich selbst verholtest. Ich will, wie du dich selbst verholtest. Was ist das? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Back off, I'm coming! Stress? Wie gut? Normal mit 1600 Coins für den ersten Platz. Du bist auch vorbei. Ich habe eine Leistung, da ist schon mal ein Team, die... Ich bin nicht die Leute, wie wir, aber ich glaube, wir haben eine Leistung. Kommt! 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 Schiff aus dem Leben. Wenn du ihn töst, dann bist du zurück in die Zelle. Was ist denn das? Das ist so schwer. Ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe es gar nicht verstanden. Wegen der Arswerden, die Schiff aus der Technologie zu sehen. Du hast ein Herz für Coburn, ich verstehe das. Aber warum musst du mich, um ihn zu holen? Coburns Weakness ist die 510. Er hat halb der FBI in seinem Pocken. Wenn ich ihn mit einer regularen Investitionen kam, würde er es sehen, würde er mit seinen Augen geschlossen. Aber wenn ich ein inside-Eye auf Schiffs Operation bekomme, dann geht es um sich Dez an. Oh, wir kommen schnell durch. Ich habe es mir zitiere Grippe, aber..."hier will ich nicht kommen". Wenn wir uns noch im Ausblick zeigen, geben's mich jetzt gleich wieder. Wie er sagt, ich habe es auch gar nicht verstanden. Das hat er noch nicht verstanden, da hätte ich gemerkt, wenn ich noch nicht im Hintergrund So where are we going now? I've set up an HQ. We need somewhere safe. Somewhere your crew can work to support you. My crew? Your crew. Appointment only as good as the team that stands behind him. So we already have a lot of crew. 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 Wow. That's crazy. I don't know. We already have a lot of crew. With the front damage comes much better. Unfortunately just the front. Auto EQ. Just go in. So. Pass. In here. I think you're going to like this place. Okay. So this will probably be our garage and our HQ where we are going. And then also. And then. And new cars. I think that's the end. But here we can do our cars. And we can test. The 510 murder club. What started as an illegal street racing club has over the last five years developed into a sophisticated gang network. With chapters in every state. Boosted cars go southwest. Contraband comes back northeast. In short. If you can fit it into a road vehicle. The 510s are smoking it. Our two targets. FBI Special Agent Bill Coburn. We know he's fallen from grace. We just need the proof. And Dennis Jefferson. A.K.A. Shiv. Together they've transformed the 510s. Coburn provides introductions and protection from law enforcement. While Shiv does the wet work. The 510s denote rank with tattoos. Shiv's the king. The V8. Infiltrate the 510 motor club. Earn your ink and climb a tire up there. You find the evidence I need to put Coburn away? And we'll take Shiv down with it. You'll need a pledge from a chapter head to get your first 510 tattoo. Make your rep on the local circuit. Get on that ladder. And don't stop until you reach Shiv. I'm set up in here where you can manage your perks. Upgrades for your cars and abilities. The more you progress, the more perks you can equip. Here's your collection board. You'll find one like in every dealer and tuner. The board lets you manage your cars and their specs. It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world. In your HQ workshop, you can install parts you've bought at a tuner, as well as those you've won by completing missions. It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance. You can also customize your ride with paints, decals and cosmetic parts. Any damage you sustain can also be repaired in the workshop. In the workshop of the vehicle, you can see how the whole thing looks like when it gets tuned. So if we want to buy the interior interior, then we can buy the interior interior. We can buy the new parts if you want. But we don't need it. Then we have the front bumper. Then we can use the front bumper. Then we can use the new equipment. And this will also be very well shown. Front, rear, fender, skirt. So you can use the front bumper. So you can use the front bumper. So this is a very sightseeing performance. Of course, the motor is shown. And what's going to do. Also you can see here also the differences. And links the technical differences. Good, not bad. Fuel injection. We also have as level 1. Also you can see here really everything. The air system. And everything is pretty well shown. The brakes. Then you can see here the brakes. That's nice. Weight reduction. You can repair. You can repair. You can repair. You can repair. So. So. Good. Not bad. Then we have our collection board. The post perks. That's what we can do for car upgrades. See ya degree. Which means that we can bust too fast. Maybe we have the remaining Looks upgrades. Ponceled with tears. No, don't do it. I think that's a good one. Well again again. to watch some of my capabilities. Aw the manna loose. It's hard to go through that well if i have all of them hit. Heard it's still there . Okay. Okay, also hier sind wir jetzt in der Prime Welt mit anderen Spielern. Gut. Die 1. Die 1. Die 1. Die 1. Okay. Ihr megas casa. Was. Es wird hier einfach unsere hohe Hilfe machen. Wir sehen uns Objection von Fischh auch & wie wir in aisleenués resemble Take another the jetzt schon mal alles nicht weiter ja ich habe schon mal wie ihr das befindet danach endlich weiter bis zum nächsten mal leute macht's gut